Kennt ihr das? Ihr hängt ein Schildchen auf und das klappert wie Sau. Ich zeige euch Trick 17, wie das ganz schnell aufhört. Alles was wir brauchen ist doppelseitiges Klebeband oder wie hier eine Heißklebepistole. Untenrum klebe ich das Ganze an, damit das Ganze schön hält und der Heißkleber nicht durchläuft. Heiß und fettig. Passt auf und arbeitet zügig. Sobald wir das haben, drücken wir das Schild vorsichtig dran. Der Kleber trocknet recht schnell. Da es oben noch was kippelt, tun wir hier auch noch zwei Pünktchen dran machen. Ignoriert die Kleberfäden, lasst diese wie sie sind, denn wenn der ausgekühlt ist, könnt ihr die easy peasy abziehen. Gebt kurz ein bisschen Druck drauf und dann hält das Ganze auch schon wunderbar. Jetzt heißt es abziehen und härtetest. Und keine Sorge, das kriegt man wieder ab, das muss hier nicht das ganze Leben drauf kleben. Nachdem ich ausgiebig getestet habe, kann ich für mich sagen, Prädikat sehr gut.